Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy und wie ihr es vielleicht hört ist meine Stimme ein bisschen, sage ich mal komisch, jetzt muss ich da mal, so, ein bisschen komisch, ich war gestern an einem Eishockey-Einspiel und habe damit gesungen und gemacht und ja, und das hat meine Stimme ein bisschen angeschlagen, aber nichtsdestotrotz geht es weiter mit Super Mario Galaxy, Notfall am Wachtturm, okay, dann geht es los, soll ich sagen, oder? Ja, okay, und da geht es gleich los, ja, ähm, du wei, was soll ich, ich habe heute, ja im letzten Part haben wir, ähm, zwei weitere Sterne gesammelt, unter anderem, ähm, haben wir bei der Bienenkönigin, so einen Sternsplitter, ähm, wo gefunden, was nicht so toll ist, wo ich im echten Leben nicht, ähm, bei einem, einfach so hingehen würde, okay, Mario ist ein Mann, das könnte ihm gefallen haben, vor allem dann noch als, ähm, als Bienen Mario, dann so oder so, dann, er ist ja auch nur ein Mann, stirbt, jawohl, Leute, denkt ihr, wir schaffen es, diese 120 Sterne zu sammeln, das wird schwierig, aber nichts ist unmöglich, überhaupt nichts ist unmöglich, ey, bleibst du wohl da oben, komm, drück dich, äh, wo, okay, dann müssen wir wohl da hoch, ey, hey, mein Name ist Schildfried, wenn du diese Wand erklimmen willst, hör mir aufmerksam zu, wenn du während eines Sprunges an der Wand festklebst, drücke A für einen Mannsprung, wenn du wiederholt, Mannsprünge ausführen kannst, du ganz weit nach, äh, äh, entschuldige, ich bin ein bisschen müde, nach oben klettern, nach oben klettern, merkst ihr? Ja, und eben, wie ihr gerade herausgefunden habt, oder hört, ähm, ich bin müde, es ist morgen früh, bei mir gerade so, okay, ähm, das ist jetzt übertrieben, was ich gesagt habe, mit dem, frühmorgens, es ist, ähm, 5.12 Uhr, 5.12 Uhr, ja, und, das ist nicht gerade früh, aber für mich zu, aber ich hatte so Lust jetzt, ich, 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 ich wollte unbedingt das hier jetzt machen, ich wollte unbedingt Mario spielen und zacken und da blieb mir keine andere Wahl als früh aufzustehen, also eben, ich bin jetzt schon eine, wie lange bin ich wach? Ja, respektive, ich war ja, ey, ich war diese Nacht eben nicht zu Hause, weil ich eben an diesem Eishockey-Spiel war und ging dann zu den Eltern übernachten und konnte nicht nach Hause, also bin bin dann, um, um, halb acht bin ich auf den Zug, jetzt zu mir nach Hause, war ich etwa um neun Uhr, neun Uhr war ich dann da und habe dann zuerst noch ein bisschen im Fernsehen geschaut und jetzt bin ich am let's playen, ein bisschen so ein paar Aufnahmen machen und, ja, was haben wir denn hier, oh, oh, komm her, komm her, komm her, komm her, brabapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Da ist noch jemand, der auch die Schnauze will. Du? Okay. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Ähm, ich habe das Gefühl, ich muss da runter. Will ich da runter? Ja, ich will. Und da. Okay, wo muss ich da? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss da runter. Und. Wupp. Und. Halliopp. Jawollski. Das gefällt mir schon viel besser. Ähm, ich muss wieder runter. Und, oder? Oder nicht? Ich sagte, ich will runter. Achso, nein, will ich nicht. Ach, komm schon. Nervt nicht. Bleibt doch da oben. Ist da was? Nicht? Schade. Achso, ähm, okay. Da, komm her! Hey! Bist du eigentlich von allen guten Geisten verlassen? Stirb! Stirb! Jetzt mal da runter. Jawoll! Du bist kaputt. Und ich nehme dich jetzt mal mit. Deine Lebenskraft hat sich auf 6 erhöht. Wenn sie auf 3 sinkt, wird sie wieder wie vorher. Ja, nee, du sagst. Ähm. Dann würde ich sagen, gehe ich mal da mal. Ähm. Du bist kein Problem. Noch nicht. Komm, jetzt. Dankeschön. Ja, diesen Boss kenne ich auch noch. Ja, du mich auch. Geh weg. Diesen. Das Boss ist übertrieben. Es ist ja, es ist ja eigentlich auch nur ein, äh, ein Käfer. Also, sprich, zwei Käfer. Und, da geht's lang. Ja, komm, 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 komm. Haha, dein Kind ist tot. Ich hab dein Kind getötet. Ja, komm, 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 komm. Huh! Tak. Äh, ich hab ihn jetzt nicht getroffen. Ich dachte eigentlich, ich hab ihn getroffen. Aber dem ist wohl nicht so. Und warum, dass ich nur 5 Leben habe, was ich gerade festgestellt habe, weiss ich eigentlich auch nicht. Hatten wir nicht mal 11? Wenn nicht sogar noch mehr? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und wir haben den ersten Sterneral. Also, nein, nicht der erste. Also, doch, in diesem Part ist es der erste, so, ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, nicht lange lesen und so. Ja, speichern. So, dann gleich weitermachen. Und, halliopp. Und, flieg Mario, flieg. Wihiii. Pam, 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 pam. Das heisst wahrscheinlich, ich muss jetzt noch mehr von diesen Dinger erledigen. Stuttel, Stuttel! Ok, der will wohl was sagen. Leck! Die ganze Stickgever-Familie ist wieder hinter mir her. Mach nichts! Hey, kommst du alle! Ho, 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 ho! Ich erledige auch! Ähm, jetzt! So, jetzt ist es gut. Ich weiss gar nicht mehr, was wir machen müssen. Kein Plan. Gehen wir weg da! Städteile, Städteile, Städteile! Ich geh jetzt mal da hoch und schaue, was sich da oben befindet. Achso, nur wieder diese tofe Röhre. Und alle, hopp! Hey! Geh weg! Zufrieden! Zufrieden! Komm, 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 komm! Und da! Hey! Ich hab dich eigentlich erwischt, du kleines Dreck! Zufrieden! Komm, 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 komm! Ahm! Jetzt bist du, jetzt hast du nichts mehr zu sticken! Ich habe das Gefühl, ich muss da drauf! Hey! Warnach nicht bereit! Ja, was willst du denn? Ja, stirb! Geh weg! Was für eine Käferplage hier! Komm, 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 komm! Ah! Hier! Komm, hier! Ah, 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 ah! Ja, Leute! Ich freue mich auch schon auf das nächste 3D-Mario, das ja für die Wii U auf der E3 vorgestellt wird! Und ich weiss nur eins! Ich werde es let's playen! Jawoll! Und das habe ich auch vor! Und das werde ich tun! Und... Huh! Komm her! Ja! Hey! Ähm, kommst du zurück? Ja, da bin ich da! Da, 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 da! Und tschüss! Ich kann dich auch einfach von hinten angreifen! So ist gut! Und... Dann! Auch du bist... K.O. Oh! Ähm, was willst du? Die Nachbarn machen mir wieder Stuck! Kannst du nicht mal mit ihnen reden? Ich rede mit einem Stinkkäfer, klar! Nein, ich mache sie gleich direkt platt! Ich werde nicht mit ihnen reden! Auf keinen Fall werde ich mit ihnen reden! Und... 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 Wiii! Das sollte eigentlich kein Problem sein hier! Und... Tschüss! Und... Tobi... Ach nee! Doch nicht du! Äh... Komm, hier bin ich! Nein! Verstand! Ähm... Hallo? Hier? Vielleicht? Nein! Warum treffe ich dich denn nicht? Geh weg! Das war die Eins! Ja, und jetzt wird es ja mal richtig interessant, Leute! Warte! Jetzt fliegt er! Jetzt ist er so sauer! Jetzt fliegt er! Ich will mich einfach mal da festhalten! Dann kommt er! Dann... Und... Tabam! Das war die Zwei! Und jetzt wird es richtig eklig! Denn jetzt macht er was er will! Und wie er will! Ich muss da hoch! Uah! Ähm... Jetzt warte ich da einfach mal... Und... Nein! Ach verdammt! Was ist das jetzt wirklich so? Was ist passiert? Ich gehe jetzt mal... Äh, ja, okay. Aber ich brauche jetzt den Bienen. Mario! Ich gehe kaputt. Oh, nee. Nein, 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 nein. Von dir habe ich eigentlich keine Angst, aber doch habe ich. Oh. So, jetzt du nervst. Ach, verdammt. Ach. Nein! Hör auf! Nein, 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 nein. Ach. Mann! Leute, der geht mir so auf die Nerven gerade. Äh, das war natürlich ganz intelligent. Lässt du das sein? Das finde ich im Fall überhaupt nicht lustig, was du hier produzierst. Deine Bomben. Und jetzt. Dreh dich. Komm, 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 komm. Nein, nicht so schnell. Mann! Mario! Lerne richtig fliegen. Nicht so scheisse. Ach, nee! Hör auf! Leute, das ist so unfair. Leute, ich schwöre, das ist unfair. Leute, ich schwöre, das ist unfair. Das ist so unfair. Okay. Oh, ja! Ach. Mensch. Habe ich schon gehofft, das reicht. Aber dem sei wohl nicht so. Oh, komm schon. Muss das jetzt sein? Oh, Leute von heute. Und jetzt kommst du her. Ja. Ach. Nein. Ich, ich will nicht getroffen werden. Alles, außer getroffen werden. Das Dachwasser. Ich schaue, irgendwo in Schutz gehen. Oh. Nein, 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 nein. Was ist das? Was ist das? Ach, verdammt. Nein. Ich. Will. Nicht. Da. Ins. Wasser. Und. Da. Da. Da bin ich oben. Ich. Jetzt kriege ich dich. Wieder nicht. Nein. Mensch. Das ist so unfair. Mann, ey. Das ist so ein Scheiss. Idiot. Das macht mir das Leben nicht gerade einfacher hier. Und hier so habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall. Was ist das hier? Könntest du jetzt einfach mal damit aufhören? Nein. Ich bleibe da. Ui. Ui. Nein. Bleibe oben. Ja. Okay. Das wird nichts. Mann. Das regt mich voll auf, Leute. Ich mach den nicht. Überhaupt nicht. Nein. Ganz und gar nicht. So. Würdest du umkehren? Nicht. Doch. Da kommst du. So. Jetzt ab. Jetzt. Und. Nein. Was. Ah. Uh. Und jetzt hatte ich natürlich auch noch Glück mit den Bomben. Was. Was soll das? Das will ich einfach mal damit aufhören? Ich finde das wirklich nicht lustig. Ja toll. Und da gehe ich da rauf und du drehst dich wieder um. Und na. Ich hätte ihn fast gehabt, Leute. Super gemacht. Toll. Mario. Das machst du echt gut. Fast. Oh. Da war ich noch nicht. Ich habe nie die. Ich bleibe jetzt mal auf dieser Seite. Vielleicht schaffe ich es ja hier. Oh. Den Pilz. Ach du Mistvieh. Die. Hörst du wohl auf? Dieser Scheisse. War ich da schon mal? Weiß ich gar nicht. Oh. Eine Bombe. Hilfe. Mario. Oh. 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 Komm schon. Und jetzt. Da. Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Hurra. Ja. Und. Bam. Hurra. Ich will aber den nicht einmal so verlieren. Juhu. Ey. Komm. 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 Jawalski. Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hurra. Okay. Dann. So eine neue Galaxie entdeckt. Okay. In der Terrasse wo ich jetzt bin. Ein Gourmet Luma ist aufgetaucht. Wo? Hier. Okay. Speichern. Ja. So. Okay. In der Terrasse wo ich jetzt bin. Dann. Leute. Geht es weiter. Im nächsten Part. Ich hoffe ihr seid dabei. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Und dann Leute. Hey hört doch auf. Dann Leute. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und. Bis zum nächsten Mal.